Es ist bereits der sechste BVMW Golf Cup Diesmal wieder in Düsseldorf Wir sind in der schönen Anlage hier vom Golf Club Rubbelrath Hinter mir einer unserer Partner, Porsche, das Porsche Zentrum Düsseldorf Und auf die Spieler warten heute natürlich 18 phänomenale Löcher Hier bei blauem Himmel, tollem Wetter Also es ist richtig, richtig toll, wir haben viel Spaß Sie werden empfangen von Polygon Vatro mit dem Eismann Roberto Der natürlich jetzt für eine Erfrischung sorgt Aber auch vom Schlosshotel Flesensee, wo total nette Damen da sind Die eine eigene Bahn haben, nämlich den Nearest to the Pin Und den Longest Drive, den gibt es von Turkish Airlines Und da wartet natürlich auf die Sieger dann hinterher auch eine besondere Überraschung Das ist ein kleines Miniturnier, da können wir zeigen, was wir gelernt haben Jetzt geht's zur Training Range Toll, wie die Leute heute einen mega Spaß gehabt haben Kommt vorbei und noch besser natürlich kommt vorbei, wenn die Alex ein Golfturnier organisiert Networking ist einfach unglaublich wichtig, das ist das, was wir heute hier machen Oh danke, das ist ja was Erfrischendes, das schmeckt ja super Ausgemachten Thüringer Bratwürstchen, heute morgen frisch gemacht Ich bin zum ersten Mal beim Golfen und ich hatte mega viel Spaß und habe sehr gute Kontakte geschlossen Und ich habe gelernt, den Abschlag und zu putten Wir hatten heute einen grandiosen Tag, heute hier beim sechsten BVMB Golf Cup Düsseldorf Und es gab so viel Gelegenheit für die Unternehmerinnen zum Austauschen, zum Netzwerken Und alle haben es genutzt und hoffentlich auch genossen Ich denke, der Tag wird in guter Erinnerung bleiben Letztes Jahr war ich noch Schnuppergolferin, aber dieses Jahr war ich bei dem Turnier dabei Und es hat mega Spaß gemacht